Hallo miteinander, ich bin Alberto Witt aus Zürich und stelle euch heute den Solis Fast-Dry vor. Das ist Felicia, mein Modell heute. Hallo miteinander. Felicia, sag mal, was stört dir an deinen Haaren? An meinen Haaren stört mich, dass sie hängen, dass sie kein Volumen haben. Sie sind recht viel Sprö, sie haben Splisse. Aber schau, mit dem Föhn bringst du es gut hin, dass der ganze Freeze rauskommt, dass das Volumen haltbar ist. Wir fangen unten im Nacken an. Meine Abteilung, die vorderen Seiten wegnehmen. Durch Ionentechnik wird das Haar schön geschmeidig gemacht und nicht mehr elektrisch. Also es zieht dann den ganzen Freeze aus den Haaren raus. Dafür, den Aufsatz drauf, damit wirklich gezielt an die Strähnen kommst du. Full Power. Bürste ansetzen. Gut den Ansatz drücken. Einmal dünnen. Runen. Also runterziehen. Und einrollen. Dann die Haare drunken sind. Einmal Bürste ganz einrollen. Und mit der kälte Tasten einrollen. Dann haben wir schon die Welle. Jetzt kannst du hier oben den Ansatz antrechnen und runterziehen mit dem Föhn. Die Bürste ein bisschen eindrehen, nochmal nachfassen, das gleiche Spiel nochmal und dann ganz eindrehen. Genau, runterziehen. Hier wieder wichtig, dass man die Haare von Ansatz an schön hochzieht. Wenn du sie eintrehst, musst du es immer abfühlen und schön antrecken. Am Schluss nehme ich noch dicke Strähnen und alle noch einmal festigen. Noch einmal festigen, damit sie wirklich halten. Jetzt wähle ich die Hüfte. So. Gefällt mir mega, wunderbar.